Wusstest du, dass die meisten Anbieter von hochpreisigen Produkten oder Dienstleistungen das meiste Geld während des Beratungsgespräches verlieren? Jetzt fragst du dich vielleicht, Uwe, wie meinst du das denn? Und deswegen lass mich das ganz kurz erklären. Die meisten Selbstständigen und auch viele Firmen, die konzentrieren sich intensiv darauf, sichtbar zu werden. Sichtbarkeit, das ist so ein bisschen wie die neue Währung. Und sicherlich ist das einer der wichtigsten Punkte bei der Neukundengewinnung. Und es ist ja auch ganz klar, wenn keiner von dir weiß, wenn dich keiner kennt, dann kauft auch keiner. Ganz einfach. Vielleicht hast du auch schon viel Geld in eine tolle Webseite, dein Produkt, Social Media oder auch Werbeanzeigen investiert. Und vermutlich verbringst du auch viel Zeit damit, möglichst viele Menschen in ein Beratungsgespräch zu bringen, damit du dein Produkt oder deine Dienstleistung vorstellen kannst. Einziger Haken, es kaufen aktuell vielleicht noch zu wenige, was natürlich auf Dauer ziemlich frustrierend ist. Und auch schlaflose Nächte mit sich bringen kann. Vor allem dann, wenn irgendwann mal das Geld knapp wird. Fehler Nummer eins, den die meisten dann begehen, ist, sie gehen mit ihrem Preis nach unten, weil sie denken, sie verlieren den Kunden. Und wenn du das auch so machst, dann verlierst du dabei nicht nur bares Geld, sondern vor allem an Selbstwertgefühl, weil du denkst, dass du nicht gut genug bist. Dass Menschen nicht bereit sind, den Preis für deine Dienstleistung, dein Produkt zu bezahlen. Wenn dir das hilft, bei mir war das genauso. Und alle unsere Kundinnen und Kunden haben genau das gleiche Thema. Sie scheitern genau an dieser Stelle beim Verkauf. Und Verkauf ist das Einzige, womit man Geld verdient. Und aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass es nichts Schöneres gibt, als das Arbeiten, wo man will, wann man will und vor allem mit wem man auch will. Und dabei ist Geld verdienen nur eine Sache. Aber tun und lassen zu können, was man will, das ist für mich wahre Freiheit. Geld ist dazu ein Vehikel, das dir dieses Ziel ermöglicht. Und wenn du sehr gutes Geld mit deiner Expertise verdienst, die anderen ebenfalls hilft, das eigene Leben zu verbessern, dann ist Verkaufen die schönste Sache der Welt. Vor allem dann, wenn man so verkauft, dass man sich wohl dabei fühlt und dass sich Verkauf nicht anfühlt wie Verkaufen. Wenn du nicht nur Neukunden, sondern echte Fans gewinnen willst, dann komm in das neue Secrets of Sale Video Training. Hier zeige ich dir die drei einzigen Dinge, die du brauchst, um dein Herzensprojekt im Beratungsgespräch so überzeugend rüberzubringen, dass Kunden gar nicht anders können, als Ja zu sagen. Und Ja, würde dir das immer gelingen? Nein, das ist bei mir auch nicht so. Aber du steigerst deine Chancen enorm. Also melde dich jetzt an zum Secrets of Sale Video Training. Deine Kunden warten auf dich. Wir sehen uns. Bis gleich. Dein Uwe.